Für jeden Online-Händler ist das Weihnachtsgeschäft natürlich das umsatzstärkste Quartal in einem Jahr. Und ich möchte euch hier exklusiv einen Einblick gewähren in meine Umsatzstatistiken, in meine Buchhaltung, auf den jeweiligen Marktplätzen, auf denen ich vertreten bin und euch zeigen, welche Umsätze ich im Weihnachtsgeschäft erwirtschaften konnte, um dir damit zu zeigen, was auch für dich möglich ist. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angesprochen, möchte ich euch hier meine Umsätze einmal veröffentlichen, die ich im Jahr 2023 im Weihnachtsgeschäft erwirtschaften konnte und euch hier einfach einen Einblick zu zeigen, was auch für euch möglich ist. Und es handelt sich hier um die Marktplätze Amazon, Ebay, Otto und Marktplatz Kaufland. Ihr seht es hier auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen, auf dem ihr hier natürlich auch die ganzen Videos seht. Könnt ihr hier die jeweiligen Schritt-für-Schritt-Anleitungen euch anschauen, um euch hier auch selbstständig das Ganze aufzubauen, Schritt-für-Schritt von der Anmeldung bis zum Inserieren des Produktes und den Verkauf von euren Produkten. Seht ihr hier alles. Falls ihr Fragen dazu habt, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich helfe so schnell wie möglich weiter. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Hier geht es um E-Commerce, um Verkaufen auf Marktplätzen und viele weitere Themen im Unternehmertum. Und falls dir dieses Video hilfreich ist und dir generell dieser Content gefällt, dann gebt dem Video natürlich jetzt schon mal einen Daumen nach oben. So, wie versprochen, möchte ich euch hier meine Umsätze zeigen und am Ende des Videos möchte ich euch zeigen, von welchen dieser vier Marktplätze ich mich leider trennen musste, weil es hier leider nicht mehr gepasst hat. Ich erzähle euch natürlich auch, warum das Ganze, wie gesagt, am Ende des Videos. Gehen wir mal auf die Marktplätze erstmal ein und ich werde hier Schritt-für-Schritt alle Marktplätze zeigen. Ich beginne hier mit dem Marktplatz Ebay, denn meine Marktplätze habe ich mir Schritt-für-Schritt aufgebaut beziehungsweise auf den Marktplätzen, wo ich verkaufe, habe ich Schritt-für-Schritt dazu genommen und begonnen habe ich meinen ganzen Verkauf auf dem Marktplatz Ebay. Deswegen gibt es hier auch viele Videos auf diesem Kanal von dem Marktplatz Ebay. Und ja, wir schauen uns mal einfach an, hier die Statistik im Weihnachtsgeschäft. In der Regel sagt man ja das vierte Quartal, das letzte Quartal ist hier das umsatzstärkste. Ich finde, das richtige Weihnachtsgeschäft beginnt so im November und geht dann bis zum Dezember rein. Und deshalb habe ich auch die Statistik so euch angeordnet, dass ich die ganzen Berichte vom 1. November 23 bis zum 31. Dezember 2023 eingegrenzt habe. Und ja, lasst uns einfach mal einen Blick drauf werfen. Ihr seht es hier auf dem Marktplatz Ebay. Ein Gesamtumsatz von 44.293.000 Euro. Das ist auch ein Anstieg von über 9% zum Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Was haben wir hier an Verkaufskosten gehabt? Wir haben Verkaufskosten von 9.461.000 Euro. 9.461 Euro, so rum. Das ist insgesamt eine Gesamtgebühr von 21,4% vom Gesamtumsatz. Ist nicht wenig, muss man dazu sagen. Mich wundert es auch, dass es so viel ist tatsächlich. Aber da kommen natürlich verschiedenste Kosten dazu. Ich habe viele Werbekampagnen bei Ebay geschaltet. Ich schalte generell auch Ebay-Werbung über Anzeigen. Dazu habe ich bereits Videos gemacht. Schaust dir gerne an, hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. So wie alle anderen Informationen verlinke ich dir gerne unten in der Videobeschreibung, wie du auch mehr Umsätze erwirtschaften kannst. Und abzüglich aller Verkaufskosten sind wir hier bei 34.839 Euro, die ich hier bei dem Marktplatz Ebay erwirtschaften konnte. Wie gesagt, nur auf diesen Zeitraum beschränkt. Dementsprechend bin ich relativ zufrieden für den Marktplatz Ebay. Stand jetzt baue ich mir hier ein Wachstum wieder auf. Und zwar nicht unbedingt durch verschiedene bezahlte Werbemaßnahmen, sondern einfach durch Wachstum. Und das bringt wirklich was. Falls du Bock hast, dass ich hier auch nochmal die Statistik zeige und zeige, wie ich da wirklich rangehe, dann gerne auch hier einen Kommentar dazu hinterlassen. Mich würde es freuen, natürlich, wenn euch das Ganze interessiert. Auch hier die verkauften Stückzahlen haben wir hier über 18% zum vorherigen Zeitraum. Im Durchschnitt, ja, das interessiert nicht wirklich dann im Grunde genommen. Und hier steht nochmal der Umsatz mit Festpreisen. Ich mache so gut wie alles Festpreis. Hier steht nochmal Umsatz mit Auktionen. Das könnte sich auch für den einen oder anderen lohnen, hier auch noch Auktionen zu schalten. Das könnte auch hier den Wachstum natürlich erhöhen und somit auch die Profitabilität. So, generell zu sagen ist natürlich, bei mir sieht das so aus, bei dir kann es von Marktplatz zu Marktplatz auch verschiedene Umsätze geben. Selbstverständlich auch vom Umfang her, aber auch natürlich ganz wichtig von der Kategorie her. Deswegen will ich am Ende dieses Videos ein Fazit ziehen, warum ich manche Marktplätze besser sehe als andere und somit auch für euch das Ganze, ja, ein bisschen einsichtig zu machen, welche Marktplätze sich eignen. Aber das kann für dich, wie gesagt, ganz anders aussehen. So, gucken wir uns mal den nächsten Marktplatz an. Das ist hier in dem Falle Amazon. Amazon ist auch einer der stärksten Umsatzmarktplätze, die ich habe, zumindestens früher. Wir sehen hier mal die Statistik. Wir haben natürlich viele Verkäufer im Onlinehandel, haben sich natürlich daran gewöhnt in die Verkäufe der Corona-Zeit. Ihr seht es hier, ich habe hier zum Vergleich mal auch die rote Statistik und die blaue ist vom letzten Jahr und er macht uns hier einen Vergleich. Ihr seht es hier, das sind fast das Doppelte, habe ich im vorherigen Zeitraum bei Amazon erwirtschaftet, also über 300.000 Euro für den November und Dezember, also das Weihnachtsgeschäft. Im letzten Jahr, 2023, habe ich hier 176.678 Euro Umsatz erwirtschaftet. Ja, ich bin relativ dennoch zufrieden, dass das bei Amazon hier läuft, aber ich muss ehrlich sagen, Amazon nimmt langsam ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob es am Corona-Verkauf liegt, beziehungsweise an der Corona-Zeit. Natürlich war das die höchste Zeit für uns Online-Händler, hier richtig fette Gewinne zu machen. Jetzt nimmt es langsam ab. Da müsste man einiges ein bisschen tun, vielleicht durch Werbung und verschiedene andere Maßnahmen, auch hier den Wachstum zu fördern. Sag du mir gerne mal, wie es bei dir aussieht, wenn du auf Amazon oder Ebay oder anderen Marktplätzen verkaufst. Hast du einen sehr großen Einbruch deiner Umsätze erlebt, seitdem Corona nicht mehr so im Fokus ist und viele Einkäufe natürlich auch wieder lokal, in den lokalen Geschäften getätigt werden. Da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du da einen Kommentar unterlässt unter diesem Video. Okay, gucken wir uns mal den nächsten Marktplatz an und das ist natürlich hier der Marktplatz Otto. Und ihr seht es hier, der Umsatz ist fast identisch mit Amazon und ich muss euch ehrlich sagen, zumindest für meine Kategorie, die ich hier auf den Marktplätzen verkaufe, habe ich hier auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen mit dem Marktplatz Otto gemacht. Auch sehr schnelle Umsatzentwicklungen hier auf den Marktplätzen. Ich bin bei Otto jetzt quasi genau ein Jahr auf dem Marktplatz vertreten und ich muss sagen, das läuft fast parallel mit Amazon vom Umsatz her, aber auch von den Verkäufen her und teilweise überholt Otto sogar Marktplatz Amazon. Und da bin ich wirklich begeistert. Das Ganze funktioniert relativ gut und reibungslos hier auf dem Marktplatz. Dazu habe ich, wie gesagt, auch die ganzen Videoanleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen gezeigt. Die blende ich euch auch nochmal alle unten in der Videobeschreibung ein, so dass ihr das Ganze euch anschauen könnt. Ja, ihr seht es hier, 175.130 Euro habe ich hier Umsatz gemacht. Marktplatzgebühren waren 19.508 Euro. Ja, relativ ganz gut statistisch. Ich bin relativ zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Es ist auf jeden Fall weniger, als man auf anderen Marktplätzen Gebühren zahlt. Auch hier von Kategorie zu Kategorie abhängig natürlich. Ich habe es in den Schritt-für-Schritt-Anleitungen gezeigt, welche Kategorien wie prozentual an Gebühren beteiligt werden für die Marktplätze. Und vieles mehr seht ihr da natürlich. Wie gesagt, ich bin hier mit diesem Marktplatz sehr, sehr zufrieden und baue das weiter aus und sehe hier noch sehr viel Wachstumspotenzial, weil die den Markt gerade noch so richtig angreifen und Amazon hier wirklich Konkurrenz darstellen. Ja, Otto war lange Zeit, ja für mich zumindest, ziemlich unrelevant. Aber jetzt muss ich sagen, Otto geht hier richtig ab. So, und natürlich den Marktplatz Kaufland. Und ihr seht es hier, ich habe hier keine richtige Statistik mittlerweile, weil ihr könnt es euch schon denken, ich habe diesen Marktplatz, genau den habe ich hier beendet. Die Kooperation, ich habe mich von diesem Marktplatz abgemeldet. Dementsprechend kann ich hier auch gar keine Umsatzstatistiken direkt auf dem Marktplatz zeigen, aber ich habe dennoch Berichte, Auszüge und habe hier natürlich dann euch einmal gezeigt, was hier bei mir passiert ist. Ich habe alle meine Produkte, die ich auch auf den anderen Marktplätzen anpreise und verkaufe, habe ich hier auch inseriert. Das Ganze war auch ein bisschen alles umfangreich, schwieriger als auf den anderen Marktplätzen, auch wenn ich Schnittstellen dazu benutze. Und dennoch muss ich sagen, verkäufertechnisch seht ihr es hier. Ich habe hier den Oktober auch mal mit reingenommen. Im Oktober, da wo der Verkauf auch schon gestartet ist, ich habe von Oktober bis Dezember das Ganze versucht mitzunehmen. Das Weihnachtsgeschäft dachte ich, okay läuft vielleicht auch ganz gut parallel noch. Aber wie ihr seht hier 12 Verkäufe im Oktober mit einem Umsatz von 1.100 Euro, roundabout. Dann haben wir im November 13 Verkäufe gehabt mit 1.320 Euro Umsatz und im Dezember drei Verkäufe. Das war echt schon sehr, sehr deprimierend, muss man schon sagen. Okay, wenn ich nur von diesem Marktplatz abhängig wäre, das wäre nicht so schön natürlich, aber das macht man ja, wie ich schon sage, immer Schritt für Schritt. Man fängt mit einem Marktplatz an und baut sich das dann nach und nach auf. Und natürlich war meine Entscheidung direkt zu sagen, nee, also wenn es im Weihnachtsgeschäft beim Marktplatz Kaufland nicht lief, dann wird es sicherlich auch in den Nebensaisons nicht laufen. Dementsprechend habe ich hier die Kooperation beendet, habe hier das Konto komplett gekündigt, geschlossen. Man hat die Möglichkeit, bei Kaufland auch das Konto zu pausieren. Das bedeutet, ihr verkauft dann erstmal auch nichts. Eure Angebote sind auch ausgeblendet für den Verkauf. Ihr zahlt keine Marktplatzgebühr, die ja ungefähr 40 bis 50 Euro kostet. Und dann könnt ihr irgendwann wieder das Ganze aufnehmen. Ich wollte das Ganze nicht. Ich verrate euch in einem weiteren Video, warum ich das komplett geschlossen habe. Denn da gibt es vorteilige Möglichkeiten, das Ganze nochmal frisch neu aufzubauen. Wie gesagt, abonniere diesen Kanal, dann verpasst du es nicht, was ich hier genau vorhabe. Ich werde das in den weiteren Videos natürlich erzählen. So, soviel zu meinen Marktplatzumsätzen. Ich hoffe, dir hat das einen kleinen Einblick gegeben in meine Umsätze, in meine Statistik, um hier selbst motiviert daran zu gehen und zu sehen, dass auch für dich das Ganze möglich ist. Auch mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die ich hier zur Verfügung gestellt habe. Schau es dir, wie gesagt, an. Viel Spaß dabei, viel Erfolg vor allem. Und falls du Fragen hast, natürlich hier, wie gesagt, die Kommentarfunktion nutzen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute und ciao. Bis zum nächsten Video.